Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu unserer nächsten Kundenveranstaltung einladen. Am 26. Juni um 18.30 Uhr in Darmstadt werden wir uns mit vielfältigen, spannenden, aber auch interessanten Themen beschäftigen. Wir schauen zunächst auf die internationalen Kapitalmärkte. Wie haben sich die wichtigsten Vermögensklassen entwickelt? Wie sind die Zukunftsperspektiven einzuordnen? Was haben wir volkswirtschaftlich zu erwarten von dem Handelskrieg, der momentan hier vom Zaun gebrochen zu werden scheint? Aber auch viel, viel praktischere und nähere Dinge, die jeden von uns treffen. Zum Beispiel, wie kann die zinsbasierte Altersvorsorge im heutigen Umfeld funktionieren? Wie machen das andere Länder? Wie funktionieren hier andere Systeme? Das werden wir uns anschauen. Und auch die Frage, wie man heute in die Aktienmärkte investieren kann. Mit einem gewissen Sicherheitspuffer oder auch mit Strategien, die bei seitwärts oder auch leicht fallenden Aktienmärkten noch positive Renditen generieren können. Das soll eine Strategie sein, die wir uns anschauen. Und nicht zuletzt das Thema Investmentsteuerreform. Ein kleines Update hier zu den ersten Erfahrungen, die wir hier bereits sammeln durften. Das alles natürlich wie gewohnt in einer sympathischen, offenen und direkten Atmosphäre. Ich würde mich freuen, Sie sehr herzlich begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt eine gute Anreise. Und ansonsten einen schönen Sommer. Macht es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.